Das ist die Karte von meinem ersten Peter-Maffei-Konzert 1986. Es war ein Hammerkonzert. Ich kann mich eigentlich nur bei Peter-Maffei bedanken für diese geile Zeit, die ich mit ihm erleben durfte. Ich bin stolz darauf, 40 Jahre Teil dieser Geschichte gewesen zu sein. Vielen Dank für alles. Du bist einfach einzigartig. Ich bin auch froh, dass es dich gibt. Ich freue mich auf weitere Jahre Peter-Maffei. Wieder zu verlieren.